herzlich willkommen auf dem youtube kanal von elektronikmagazin.com mein name ist esra und ich gebe dir heute ein paar tipps welche du beim kauf einer gamingmaus beachten solltest tipp nummer eins auf jeden fall funk statt kabelmaus denn auch wenn es früher noch den kritikpunkt gab dass bei funkmäusen ungewollte verzögerungen auftraten so ist das heutzutage nicht mehr der fall und eben gerade beim gaming braucht man eine sehr sehr große bewegungsreichweite und mit einem kabel an der maus kann es auf jeden fall immer zu problemen kommen auf jeden fall hier lieber eine funk maus nehmen außerdem wenn ihr dann auch eine funk maus nehmen bitte lieber akku statt batterien nehmen denn ja batterienmäuse sind meist noch günstiger und sind auch wahrscheinlich eher die älteren modelle aber batterien sind ja auch immer wieder laufende kosten wenn man sich neue kauft und man muss dann auch jedes mal den sondermüll entfernen akkumäuse sind auf jeden fall moderner kann man auch wenn sie leer gehen einfach per kabel anschließend trotzdem noch weiter spielen während sie auch wieder aufladen also hier auf jeden fall funk maus und dann akku statt batterie außerdem als gamer natürlich sehr sehr wichtig ist die dpi also die dots per inch der maus das bedeutet wie schnell bewegt sich die maus für bildschirm hier auf jeden fall darauf achten mindestens eine maus mit so fünf oder sieben verschiedenen modi dass man hier auf jeden fall je nach spiel je nach situation die dpi ändern kann aber noch besser natürlich ist eine maus bei der man das komplett selber einstellen kann also dpi ein sehr sehr wichtiges feature dass man selber so sehr anpassen möchte wie möglich also darauf achten hier jetzt keine maus mit nur einem oder zwei oder drei modi weil das wird dann meistens nicht reichen außerdem auch sehr wichtig als gamer sind programmierbare tasten die gibt es bei den mäusen eher selten oft sind das einfach nur buttons mit bestimmten features aber hier auf jeden fall darauf achten dass man hier drei oder fünf extra tasten hat die man entweder selber programmieren kann oder die schon einen vorgefertigten nutzen haben so oder so ist das aber auf jeden fall wichtig dass man auch alleine mit der hand sehr sehr viele verschiedene features unterstützen möchte wenn man zockt genau so viel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weitere informationen sowie ausgewählte mäuse findet auf unserer homepage link dazu in der beschreibung ansonsten wird es uns sehr freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren könntet bis zum nächsten mal tschüss vielen dank für das ansehen dieses videos um unseren kanal zu abonnieren klicke bitte hier für weitere interessante videos klicke hier oder hier